Servus, grüzie und talo. Wir sind hier, ihr seid da. Verbrennt die Kohle hier drin. Verbrennt die Kohle. Guten Tag Herr Kaiser, wir sind zurück aus dem Untergrund. Ja, ist fast morgen wieder. War nicht so mega erfolgreich. Leider kein LED gefunden, kein Potassium. Und deswegen haben wir jetzt einen kleinen Plan geschmiedet gerade. Einmal kurz zum Händler und dann oben da ist so eine Höhle. Wollen wir mal reingucken in der Wüste. Vielleicht haben wir Glück und finden was. Ansonsten hier hoch eine kleine Mine machen. Im Schnee und dann geht das los. Dieser alte Teppich hat mir die ganze Zeit schon genervt. Was machst du denn jetzt? Ich hab kein Holz mehr, naja. So, 6000 Steinen, kannst du Bettung anlegen? Ich mach dir hier oben Stein rein. Schmeiß einfach mal rein, ja. Ich wollte jetzt mal eben kurz soweit alles für den Händler fertig machen. Ja. Geld mitnehmen genug. Silber, Diamanten, diese Hearthmath-Geschichten. Na komm, verkaufen wir die so. Wir haben leider keinen Militärschweiler. Ich überleg grad, wie ist das? Survival-Assisted-Skill, ne? Um was zu tun? Das ist Survivor, genau. Auch wegen Essen und Trinken und so, ne? Da könnte ich jetzt nochmal Punkte drauf geben. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm, ne? Mhm. Mach ich. So, jetzt 100% Wellness-Gain. Super. Anger Dehydration und die Hälfte. Den nehmen wir noch mit. Black Dehydracat. Soll ich irgendwas mitnehmen? Ähm, ne, das war schon. Also der ganze Rest. Kombiniere mal ganz kurz die Knüppel. Der ganze Rest, der hier drin ist, den müssen wir erst noch reparieren. Die kann ich wieder nicht kombinieren, ne? Doch, kann ich. Ne, es gibt einen 360er, das lohnt sich mal gar nicht. Alles klar. Gehen wir los? Jo. Achso, du kannst kombinieren, hier. Warte mal. Was denn? Kombiniere doch mal meine Exe kurz. Die beiden. Der eine ist ein bisschen kaputt, aber die könnten wir ja kurz nachheilen. Und dann... Zack, zack. Hast du Beton angesetzt? Ähm, ne, noch nicht. Soll ich noch was mitnehmen aus der Kiste? Alles, was hier drin ist, oder? Wir checken mal. Äh, dauert denn das so lange. Oder? Hier oben? Ähm, ne, das ist alles noch kaputt. Das müssen wir erst reparieren, dann gibt's mehr. Achso, okay. Also es macht halt Sinn. Warte mal, die muss ich mir eben kurz wegschmeißen. So, repariert. Alles klar, so. Zack, zack. Da haben wir einen 90er und ihn noch zusammen, dann hast du eine 425er. Bitteschön. Danke. Gucken. Ich mach mal kurz einen Probeschlag. Warte mal. Machen wir. Gut, ich komm gleich wieder, kleinen Moment. Ja. Ganz schnell. Glaube ich. Der Händler hat eh noch nicht auf. Das dauert noch ein bisschen. Okay, ganz kurz. 48. Schade. Echt? Hast du denn voller Ausdauer? Nee. Ja. Ja, hab ich. Okay. Nee, 48. Schade. 85 war es vorher. Kannst du nicht noch ganz viel ansetzen? Oder haben wir nicht das Material dazu wahrscheinlich? Ja, ich muss mal quicker Crafting lernen eben. Dann geht das Ganze ein bisschen fixer. Axe. Steal. Pick Axe. Naja. Gut, Händler hat noch zu. Da unten stehen ein paar Zombies vor der Tür. Lass uns bei der Höhle gucken, komm. Hast du Pfeile zufällig? Äh, 51. Kannst du mir so 10, 20 geben? Haben wir denn nicht noch Federn? Ich hab noch drei. Okay, dann schauen wir gleich mal. Aber ich weiß nicht, ob wir hier noch welche drin hatten. Das Wire Tool brauch ich auch nicht. Nee, sieht nicht so aus. Die hatten wir, glaub ich, vor der Zombie-Nacht haben wir die durchgecraftet. Okay. Dann, wenn wir sowieso im... Nee, wir sind in der Wüste erstmal, aber... Mhm. Lass uns mal in die Höhle gehen, wie du meintest. Ja. Hey. Mr. Zombie. Mein Bike. Biker. Ups. Yeah. Oh, Mini-Bike-Handle-Bars. Okay, kann man verticken. Ja. So, Höhle hatte ich... Einsteigen. Weiß nicht. Du hast abgesperrt. Nee, hab ich nicht. Natürlich. So, Höhle ist Richtung Osten. Uah, wird schlecht. Au, zuck. Der Händler macht noch nicht auf. Da können wir einmal in die Höhle reingucken. Wenn wir Glück haben, sehen wir an der Wand halt schon Zeug. Wenn das denn überhaupt eine Höhle ist. Und das sieht gut aus. Au. Kaktusse. Das sieht noch was aus hier. Was es ist. Ja, doch. Okay. Dum 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 dum. Da haben wir schon mal ein bisschen Potassium. Oh, diese Höhlen sind ja viel besser als früher. Sieht cool aus, ne? Schon ein bisschen mitnehmen hier. Ist zwar nicht so viel, aber... Sieht aus wie ne... Oh, lass mal ganz kurz. Ne, mach ich ja weiter vorne. Das sieht ja... Das sieht ja echt Hammer aus. Sieht aus wie so'n... So'n... Reißzahn oder sowas. Ups. Jetzt rennt er mir ins Bild. Foto, Entschuldigung. Okay, alles gut. Wir sind hier drunter. Auch nur Sand. Mal gucken. Ich renne einmal vor. Guck, ob wir irgendwas sehen. Ein Stein, wo man... Oh, da ist ein Ausgang. Ah, hier oben sind Zombies. Ich mach die MMS weg. Na, wo? Ach, da hinten. Okay. 140 Potassium hab ich schon. 150. Ich habe... Besser als nix. 280. Ja, sehr cool. Schade, dass es nur so wenig war. Da kriegen wir schon wieder ein bisschen Munition hin. Ja, aber das ist ja... Wo stehen die Minibikes? Hast du markiert? Hier hinten. Müsstest du auf dem Map sehen. Ne, ich habe kein Schloss drin. Achso, okay. Die sind glaube ich noch im Hochhaus. Das war meins. Wieso kann ich denn jetzt auch wieder hier nicht einsteigen? Ne, das war nicht. Deins steht hier. Ähm, hier. Achso, deswegen konnte ich nicht rein. Händler ist südlich von uns. Bloß in die Höhle reinfahren. Genau. Kannst du mich grad das Morbid mal auseinander bauen? Ja. Sagte er und fährt was rein. Und macht der auf? Äh, jetzt. Oh nein. Schon wieder am Kaktus hängen geblieben hier. Hey Stripperfrau. Warte, warte. Äh. Warte nicht raus. Hat er dich weggekickt? Ja, er hat mich weggekickt. Der Arsch. Ja bitte, Orga. Du netter Mann. Und verkaufen erstmal. Wir haben jetzt 60.000. Weißt du, ich habe nicht genug Inventory Space. Um zu verkaufen. Was ist das denn? Achso, weil ich... Ah, ja. Okay, verstehe. So. Und Diamanten, die geben allein schon 3.200. Und das Silber bringt 4.200. Und so. Das weg. Das nicht weg. Ähm. Raketenwerfer. Weg. Na, dann haben wir noch ein bisschen was. So. Jetzt Daumen drücken. Now beat it, fucker. Fucker? Oh? Hab ich doch was gesehen? Nee. Ah, sah aus wie ein Orga-Blade. Das wär's gewesen. Ich schütze mir grad einen Ast. Warte mal. Ich muss jetzt leider das Hemd ausziehen. Warte mal, ich hab noch Military Boots an. Ah, cool. Die sind glaub ich nicht repariert. Nee, die sind nicht repariert. Die Bandit Boots? Auch gut. Ich hab uns mal ein bisschen Rüstung hier. Gut, wir können auch, wir können auch welche bauen. Iron Leg Armor. Oh, ne SMG. Die ist, ähm, hm. Zwei sogar. Natürlich gut für das Geschütz. Warte mal, die nehm ich mal mit. Die kleine davon. So. Chi-ching! Ich hab dir was gekauft. Guck mal. Was denn? Und die zieh ich mal an? Bringt das was? Achso, dann kannst du hier noch die haben. War so ne schöne Weste. Die hätt ich doch auch bauen können. Aber nicht in der Quali. Ja, aber, ne? Die war günstig, war ein Sonderangebot. Immer du Schnäppchen. Bei Trader. Achso, die war schon. Cool, ähm. Ja, würd ich sagen, fahren wir mal da hoch. Wohin? Zum Miene. Ich hab da einen Punkt gesetzt. Der nennt sich Schmie, ne? Fahr du vor, ich folg dir. Okay. Und dann buddeln wir uns mal da runter. Hast du gesehen den Screenshot mit den neuen Mountainbikes, die jetzt bald kommen sollen? Ne, noch nicht. Du hattest bei Twitter irgendwas gepostet, ne? Mhm, genau. Ja. Sollen Mountainbikes kommen. Ich würd mir ja wünschen, dass einfach mal ein Moped mit Beiwagen kommt. Das würde mir ja schon reichen. Weißt du, dass man zu zweit fahren kann. Aber wahrscheinlich kriegt er das nicht synchronisiert. Das denk ich auch. So ein Spezialsitz wär halt gut hinten. So ein Zweifachsitz, weißt du? Ja. Passagiersitz. Oh, ein ganz schöner Sandsturm hier. Mhm. Schlange. Oh, ich hab nur 6% Sprit drin übrigens. Oh. Schaffst du das aber? Ja, ne? Ja. Also hinkommen, ja. Ich hab ja noch 87. Jetzt, äh, zapfe ich was ab. Ich schalte auch immer schnell rund. Schnell hoch, weiß er, die Gänge. Haha. Wärst also nicht Sprit sparen, sondern Zeit sparen. Ja, natürlich. Boah, es ist nicht wahr. Und was bin ich jetzt kleben geblieben? Äh, no. So, wir sind fast da. Wo willst du hin? Zeig ich dir. Ich hab's bisher nur auf der Karte gesehen. Und noch nicht in live. Ah, den Kran könnten wir mal einschützen lassen. Sollten wir uns aber erst die Dinger rausholen. So ziemlich genau. Ja, hier so. Hier haben wir Wüste und paar Meter weiter ist direkt... ...Schnee. Kann man sich ja schön hier an der Grenze, so hier, weißt du? Wo hier runter buddeln. Okay. Wie hoch sind wir? Ich hab ne Schaufel dabei. Ich auch. Frames, dann mach ich schon mal... Äh, warte, ich hol ein bisschen Holz für Leitern. Du willst nicht gerade, ich wollt schräg. Schräg runter? Ja, genau. Ne, gerade runter und fertig. Okay, mach Leitern, komm nach. Oder steig mir auf den Kopf. Ja. Ja. Ich markier das mal eben mit Frames hier. Steigst du mir? Ja. Ja. Steigst du mir? Ja. Ich steig dir. Leather, wooden Leather. So muss das vorhin auch ausgesehen haben mit dem Hochhaus, ne? Aber das sieht irgendwie cool aus. Die Farben mag ich hier. Ja. Das rötliche. Machen wir Licht an. Oh. 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 Was hast du denn da? Das war Eisen. Und hier ist Potassium, würde ich mal behaupten. Hast du gefunden? Warte. Warte. Okay, warte. Hä, was ist denn das? Ne, das ist... Öl. Öl. Super. Warte, ich mach uns ein bisschen... Mhm. Nur nicht hier hinten halt, sonst kommen wir nicht hoch. Okay, warte. Wir müssen uns jetzt Richtung Norden buddeln gleich. Was kriegen wir hin? Okay, ich mach nochmal ein bisschen Platz. Ja. Okay, jetzt. Okay. Und das ist auch Eisen. So wie es ausschaut. Ja. Perfekt. Ich würde sagen, graben wir uns einfach mal nach Norden. Also Benzin und Stahl ist gesichert. Na komm buddel. Und vor allem haben wir nicht so viel Sand. Für Concrete, für Gläser. Alles gut. Na gut, Gläser. Ja, Murky Water. Wir haben so viele ähm... Sag schnell, wie heißen sie? Knochen. Äh, für Kleber. Das heißt Ducktape ohne Ende. Hier. So, wenn wir jetzt schon so ein Glück haben, hier. Könnten wir, wenn wir noch weiter nach Norden gehen, echt Glück haben und gleich... ...Protestium finden. Oh, sorry. Ja, schön. Eisen, Eisen, Eisen. Ja komm, durch den Stein ist gut. Wir sind echt direkt am Schnee, ja. Du willst Richtung Norden? Richtung Norden, ja. Da ist dann Schnee. Und wenn wir Glück haben, ist hinter dem äh... ...Felsen und Protestium, wenn er das richtig berechnet. Zu unseren Gunsten. Äh... Ich hab kein Alkohol dabei. Du meinst hinter dem Stein ist jetzt direkt... Könnte sein, ja. Weil der hier halt schon ein... ...Rochstoffvorkommen berechnet hat, weißt du? Und wenn wir Glück haben, berechnet der uns dann Protestium da rein. Oh, ich hab... Hast du noch Alkohol dabei, du Bier? Ne, hab ich nicht mitgenommen. Schade. Da muss ich mal eben ein bisschen Ausdauer sammeln. Alles Richtung Norden, wie straight? Genau. Auf die Map guckst, dann sind wir da schon im Schnee jetzt. Wie wahrscheinlich ist das bei uns hier nicht einfach nur die Stunden lang durch Stein buddeln? Ja... Pfff... Das kann natürlich passieren. Aber finden müssen wir's. Jetzt hätte ich gesagt, dass wir uns lieber... ...ähm... ...noch weiter jetzt den Sand hier unter den Füßen war ja auch noch gravel und so. Das können wir auch mal... Wir können auch weiter runter zum Bedrock und dann... Ja. Also hier erstmal... Hier würde ich erstmal jetzt noch den Boden noch wegnehmen. Oh. Oh, so viel Sand. Klong, klong. Na? Hm. Wo ging's denn nach oben? Da hinten, ne? Hier ist wohl nix mehr, wa? Ne, lass mal gucken. Geh mal hier gerade runter. Ist wohl Leiter dabei, ja? Ja. Mining Tools 70. Hier Pip, hurra. Sehr gut. Häng dir auf den Kopf. Klatsch, klatsch, klatsch. Oh, und Ende. So, ich buddel uns eben nach vorne. Und da haben wir schon Stein. Oh, super. So, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Drei. Oh, Mann. Es tut mir so leid. Aber hier könnten wir halt was hin. Ja. Wenn wir zur nächsten Folge sehen. Probieren wir unser Glück. Bis dahin. Macht's gut. Achso, Moment. Hashtag. Hashtag. Potassium. Öl. Oder Öl. Hashtag Öl. Potassiumöl. Wie ihr wollt. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tür. Geldas. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt? Dass sie mal gabst. Wir.